Während Norwegen noch trauert, streiten sich in Deutschland die Politiker bereits darum, wie sie ein mögliches Massaker hierzulande vermeiden wollen. Die meisten wollen die Überwachungsmaßnahmen verstärken. So will Hans-Peter Uhl von der CSU die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen. Es müsse eine Überwachung von Internet und Telefon möglich sein. Auch der bayerische Innenminister Herrmann will das Internet stärker überwachen lassen. Dabei hatte das Bundesverfassungsgericht die bereits eingeführte Vorratsdatenspeicherung für rechtswidrig erklärt. Die linke Abgeordnete Sevim Dagdelen sieht die Zeit für ein neues NPD-Verbotsverfahren gekommen. Grünen-Chef Özdemir fordert einen verstärkten Kampf gegen den Rechtsextremismus. Grünen-Chefin Roth sagte, die Bundesregierung solle ihr Engagement gegen Rechtsradikale verstärken. Die Polizeigewerkschaft will eine Datenbank über Menschen mit so wörtlich kruden Gedanken einrichten, die mit Hinweisen aus der Bevölkerung gefüllt werden sollen.